Heute zeige ich euch die wohl einfachste Möglichkeit, in Nuxt Formulare zu bauen, ehe seht ihr ein einfaches Formular. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Adresse reinkopiere, ist das korrekt. Wenn ich jetzt die E-Mail-Adresse Invalide mache, seht ihr, es wird ein Fehler angezeigt mit einer einfachen Fehlermeldung. Natürlich kann ich das ganze Formular jetzt abschließen und am Ende abschicken. Wie das alles funktioniert, wie ihr das Reusable machen könnt und wie ihr vor allem komplexe Validierung abhandeln könnt, das geht es jetzt in den nächsten 10 Minuten zu lernen. Also, auf geht's! So, dann legen wir mal los mit dem Video. Ihr seht hier Visual Studio Code und hier eine Seite Chrome. Ich habe hier schon eine Seite, nämlich V-Validate, geöffnet. Die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und das Erste, was wir jetzt machen, wir gehen hier auf Get Started. Wenn ich jetzt ein bisschen runterscrolle, sehen wir auch schon die NPM-Zeile, die wir brauchen. Diese fügen wir einmal ein und führen wir in unserem neuen Nuxt-Projekt aus. Ihr seht hier auch schon ein bisschen Code. Das ist im Prinzip ein Standard-Nux-Projekt. Das Einzige, was ich je verändert habe, ist, dass ich schon zwei Komponenten angelegt habe. Nämlich einmal Form-Field-Text. Ihr seht aber, es ist quasi komplett leer. Genauso wie Form-Field-Submit. Das ist ebenfalls komplett leer. Und in unserer App.View, seht ihr, ist auch nicht viel passiert. Generell ist das alles, was ich hier verändert habe. Und ansonsten müssen wir hier auch nichts machen. Deswegen schließe ich das jetzt erstmal. Weil das Erste, was wir jetzt brauchen, ist eine statische Entwicklungsumgebung, die wir einfach mit NPM-Run-Dev aufrufen können. Jetzt können wir loslegen mit dem eigentlich interessanten Part. Nämlich, wie wir das alles bauen können. Also, auf geht's! So, dann legen wir mal los mit unserem eigentlichen Projekt. Das Erste, was ich immer machen würde in dem Moment, wenn ich ein Formular baue, ist mir erstmal einen Plan machen, was ich eigentlich darstellen möchte. In meinem Fall ein Interface-Objekt namens User Credentials, wie man hier sieht, mit einem Username und einem Passwort. Beide vom Typ String. Das speichere ich jetzt erstmal so ab. Aber das sollte man nicht so lassen, sondern hier sollte man direkt ein bisschen Dokumentation reinbringen. Also, was genau möchte ich in meinem Formular eigentlich validieren, anzeigen, welche Regeln gibt es. Und das Ganze kann man mit JS-Doc, das ist nämlich diese Syntax hier, ein bisschen optimieren. In dem Moment, wenn ich das so darstelle und ich mit meiner Maus zum Beispiel über unser User Credentials gehe, dann sehen wir hier oben unsere Beschreibung und haben so Dokumentation erschaffen. Dasselbe ist, ich habe mir hier einen Plan gemacht, was ich eigentlich validieren will. Einmal, dass mein Username zum Beispiel vom Typ String ist und eine valide E-Mail. Außerdem habe ich hier unser Passwort, ebenfalls vom Typ String, allerdings mindestens sechs Zeichen. Ich weiß jetzt also schon mal, was ich darstellen möchte und was am Ende bei meinem Formular entstehen muss. Aber wie genau können wir jetzt unser Formular erzeugen? Und das bringt uns zu V-Validate und der grundsätzlichen Formular-Logik. So, nachdem wir jetzt unser Interface erstellt haben, müssen wir natürlich ein Formular initialisieren. Hierfür nutzen wir zwei Frameworks, nämlich das soeben installierte V-Validate, wie auch ein neues Framework-Yup. Das müsst ihr ebenfalls einfach über npm-yup installieren, damit ihr das verwenden könnt. Und hier importieren wir uns UseForm. Dieses UseForm ist eine Funktion aus V-Validate, auf der quasi alles funktioniert. Diese erzeugen wir uns hier unten jetzt einfach, weil wir gleich auch noch einige Werte aus dieser Funktion ziehen müssen, mache ich direkt hier eine Konstante mit einem Objekt und sage UseForm. Wenn wir das so initialisieren, funktioniert es und diese Funktion bezieht sich jetzt automatisch auf zum Beispiel ein Form-Element, das ihr hier oben erstellt habt. Wir wollen natürlich nicht einfach nur ein Form-Element erzeugen, sondern wir wollen das Ganze natürlich hier sogar auf eine Submit-Funktion, nämlich die Funktion OnSubmit beziehen mit dem Event Submit.Prevent, damit die Seite nicht leunet. In dem Moment, wenn ich das abspeiche, funktioniert OnSubmit allerdings noch nicht, weil wir diese Funktion noch nicht definiert haben. Das machen wir hier unten einmal, wo ich sage, okay, wir haben jetzt hier eine Funktion OnSubmit, die soll später irgendwas machen. Aktuell macht die noch gar nichts. Was wir jetzt aber machen wollen, unser Formular soll nicht generisch sein. Wenn ich mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, das bezieht sich gerade auf GenericObject und das wollen wir nicht. Dafür haben wir hier unser Interface definiert. Wir wollen, dass unser Formular sich auf unsere UserCredentials bezieht. In diesem Moment, wenn ich über das rübergehe, sehen wir, unser Formular bezieht sich jetzt auf UserCredentials und wenn ich hier zum Beispiel Values ausgebe, also die Werte unseres Formulars, sind auch diese vom Typ, wie ihr hier seht, User und Passwort. Also wir wissen schon, welche Werte es gibt, obwohl unser Formular noch gar keine Inputfelder hat. Values ist natürlich nicht das Einzige, was wir wissen wollen, sondern wir wollen einige Werte hier drin haben, nämlich einmal HandleSubmit, Values, Meta, dazu komme ich gleich noch, und HandleReset. Was wir jetzt noch machen wollen, ist unsere OnSubmit-Funktion auf unsere HandleSubmit-Funktion anpassen. Was heißt, unsere OnSubmit-Funktion ist eigentlich die HandleSubmit-Funktion aus UseForm, die in diesem Fall zum Beispiel ein Consolog durchführt. Bei euch könnte es aber auch so etwas sein, wie das Absenden der Daten an eine API, an ein Backend oder was ihr sonst damit vorhabt. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, passiert hier erstmal nicht viel. Was wir jetzt aber machen wollen, ist hier oben zwei kleine Paragrafen erstellen, nämlich einmal mit Values und neben Values wollen wir hier oben auch noch einmal unser Meta-Objekt loggen, damit ihr im Prinzip jederzeit seht, was genau ich hier jetzt eigentlich mache. Aber wir sehen hier, unser Formular hat jetzt schon einige Werte, nämlich Initial Values ist Empty, Touched ist False, Pending ist False, Valid ist True und Dirty ist False. Das kann aber nicht sein. Wir haben hier hier Validationsobjekte, nämlich ValidationString und so weiter. Wie wir das jetzt anpassen können, dass unser Formular hier als False angezeigt wird, sehen wir uns im nächsten Kapitel an. Wie wir hier oben nämlich schön sehen, ist unser zweites Framework, was wir brauchen, nämlich Jup aktuell noch nicht benutzt. Das sollten wir schleunigst ändern. Das erste, was wir hier nämlich jetzt erzeugen, ist ein sogenanntes Schema. Dieses Schema beschreibt die Validation in eurem Formular. Das nagen wir einfach als variables Schema. Und dabei handelt es sich einfach um Jup und dann um ein Object. Also wir wollen ein Object definieren mithilfe von Jup. Ihr könnt auch beispielsweise generische Arrays oder so etwas definieren. In unserem Fall ist es ja ein statisches Objekt. Was wir nämlich jetzt hier drin machen wollen, ist einmal Username und natürlich Passwort. Also diese beiden Formularfelder, die sollten hier genauso heißen wie in eurem Objekt, beziehungsweise in eurem Interface, was ihr als Grundlage nehmt. Hier drin sage ich jetzt zum Beispiel, handelt es sich um ein Jup.String, also um ein String. In dem Moment, wenn ich das abspeicher, beschreibt unser Schema jetzt, dass diese beiden Werte schon mal vom Typ String sind und würde unser Formular als Invalide erklären, wenn unser Wert hier zum Beispiel eine Number oder ein Boolean ist. In dem Moment kann ich hier unten bei unserem UseForm ein Objekt rein starten. Und zwar kann ich hier jetzt sagen Validation Schema. In dem Moment übergebe ich hier einfach nur unser Schema und kann jetzt, wenn ich das abspeicher, sehen wir, ist hier oben immer noch alles, wie es gehabt ist, also Valid True. In dem Moment kann ich jetzt aber auch zum Beispiel sagen, ich würde gerne, dass es sich dabei um Pflichtfelder handelt. Hier kann ich jetzt also sagen, zum Beispiel Required. In dem Moment seht ihr, Valid wurde geradezu false, weil unser Formularfeld jetzt Invalid ist, weil User nämlich vergeben ist. Das kann ich natürlich hier jetzt für beide anpassen. In dem Moment sind beide ein Required-Feld und Pflichtfelder. Außerdem kann ich zum Beispiel sagen, unser Formularfeld Passwort hat hier eine Mindestanzahl. In meinem Fall zum Beispiel sechs Zeichen, die vergeben werden sollen. Und natürlich unser Username hier oben soll eine E-Mail sein. Ihr bringt von Haus aus schon jede Menge Validationsfunktionen mit, aber auch sowas wie abhängige Validierung, also wenn Passwort true ist, dann soll irgendwas anderes mit einem anderen Input passieren. Oder auch asynchrone Validierung gegen ein Backend. Oder auch Custom-Validierung sind alle möglich und ihr könnt die endlos mit diesen Punkten miteinander verschachteln. Was natürlich auch geht, ihr könnt das Ganze auch anpassen, zum Beispiel mit eigenen Fehlermeldungen, wie zum Beispiel hier Required. Das ist ein Pflichtfeld und dasselbe halt auch mit einer E-Mail-Adresse, sodass wir hier sagen können, okay, unsere E-Mail-Adresse muss wirklich eine E-Mail-Adresse sein. Das sollten wir jetzt auch einfach, weil wir es können, noch mit unseren Feldern hier unten machen. Und in dem Moment haben wir ein wunderbares Formular definiert mit einer kompletten Validierungslogik. Wir sehen aber hier noch nichts. Und das sollten wir jetzt ändern, indem wir uns ein Submit-Button, wie unsere Formularfelder erstellen, damit wir auch wirklich damit interagieren können. So, alles was jetzt kommt, müssen wir ein bisschen generischer bauen. Deswegen hatte ich ja im Vorfeld hier schon Components erstellt und wir fangen natürlich erst mit unseren Textfeldern an, also hier unserem Form-Field-Text. Das erste, was wir hier machen wollen, ist erstmal die Logik zu etablieren, bevor wir uns um das Styling kümmern. Was wir nämlich jetzt machen müssen, ich erzeuge mir hier mit Vvalidate eine weitere Funktion, nämlich UseField. UseField beschreibt einfach nur ein Formularfeld in Vvalidate und in dem Moment kann ich hier sagen, ich würde gerne ein Value, die Error-Message und das Meta-Objekt aus UseField ziehen und das bezieht sich automatisch auf unser UseForm, solange unsere Komponente innerhalb von UseForm aufgerufen wird. Das zeige ich euch gleich aber noch. Was wir jetzt als erstes machen wollen, ist erstmal ein paar Input-Parameter in unsere Funktion reinhängen, beziehungsweise in unsere Komponente und die folgt natürlich auch einer Syntax, nämlich einmal haben wir hier einfach ein Objekt, wo wir den Namen verlangen. Unser Input-Feld hat natürlich auch ein Label, weil jedes Input-Feld braucht ein Label und natürlich ein Typ, weil wir haben ja einmal den Typ E-Mail und einmal den Typ Passwort. In dem Moment, wenn wir das hier integriert haben, kann ich hier oben sagen, okay, ich habe einmal ein Label-Element für in unserem Fall den Typ Name, also unsere Property Name, das muss ich jetzt hier einmal übergeben und hier oben wollen wir natürlich unser Label anzeigen. Das nächste, was wir brauchen, ist hier ein Input-Feld. Das definiere ich mir einfach so, indem ich sage, okay, ich habe hier ein Input-Feld und natürlich habe ich hier auch einmal unseren Namen, was wir hier bappen müssen, dann unsere ID, die bezieht sich ebenfalls auf unseren Namen und natürlich unseren Type, der sich auf unseren Type bezieht. Außerdem brauchen wir hier noch ein V-Model. In meinem Fall binde ich das direkt an Value und in dem Moment, wenn ich das getan habe, dann ist unser Formularfeld jetzt ready mit, wie Validate zu funktionieren, beziehungsweise was wir jetzt noch ergänzen können, ist zum Beispiel hier unten ein Paragrafen mit der Rolle alert, wo wir einfach unsere Error-Message ausgeben, sofern unsere Error-Message überhaupt existiert, damit wir das generisch daran binden können. In dem Moment, was wir jetzt noch machen können, damit später das Dialing wunderbar funktioniert, erzeuge ich mir hier einen Form-Field-Diff-Box, wo wir einfach die Classes reinbinden, nämlich unser Meta-Objekt und das rappt unser gesamtes Formularfeld, sodass wir wissen, innerhalb unseres Formular-Fields in der CSS-Klasse Form-Field, das sollten wir anders benennen, nämlich so, können wir jetzt zum Beispiel auf die Klassen Touched, Pending, Valid und Dirty zugreifen. In dem Moment speichere ich das jetzt einfach mal ab, gehe in App.View und was ich hier jetzt machen kann, ist diese beiden Formularfelder einmal zu initialisieren, indem ich sage Form-Field zweimal, nämlich einmal mit Name, Username, Label, Username, Type E-Mail, Name, Passwort, Label, Passwort und Type Passwort. Wenn ich das hier jetzt abspeichere, sehen wir zwei Felder und wir sehen auch hier schon die Fehlermeldung. Wenn ich hier was eintippe, sehen wir, dass es eine valide E-Mail-Adresse sein muss. Ich kann jetzt hier zum Beispiel max.mustermann.test.de machen und in dem Moment ist das hier oben valide. Und wenn ich jetzt hier auch noch sechs Zeichen eintippe, dann sehen wir, dass unser Formular wieder valid ist und damit alles funktioniert. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich ein bisschen Styling und natürlich unser Submit-Button. So, bevor wir jetzt weitermachen mit unserer restlichen Geschichte, sollten wir als erstes mal einen Button erzeugen. Das erste, was ich hier brauche, ist einmal ein paar Input-Properties an unsere Komponente. In meinem Fall sage ich, ich möchte einmal Fieldmeter, also unser Validationsschema und vor allem den Zustand, ob unser Formular gerade valid oder invalid ist, von wie validate abgreifen, was wir hier auch als Input-Property an unsere Komponente übergeben. Außerdem wollen wir natürlich ein Label, was in unserem Button drin steht und diesen Button müssen wir uns jetzt einmal noch erzeugen. Das kopiere ich mir hier oben einmal rein. Wir haben hier einen Button vom Typ Submit, damit wir auch ein Submit-Event innerhalb eines Formulars auslösen können und wir disablen diesen Button. In dem Moment, wenn unser Meta.valid, also unser Formularzustand, aktuell nicht valid ist, dann ist unser Button disabled. Und hier sehen wir ebenfalls unser Label, was wir einfach ausgeben, um unser Formular zu triggern beziehungsweise der Text, der in unserem Button drin steht. Wenn ich jetzt unseren Button einmal in unserer App natürlich hier aufrufe und verlinke und sage Formfield Submit mit unserem Meta-Objekt und natürlich dem Label, in dem Moment erzeuge ich mir hier einen Button, wo ihr seht, der ist auch direkt disabled. Ich kann ihn nicht anklicken. Was wir jetzt machen können, wir geben hier mal eine korrekte E-Mail-Adresse ein und natürlich ein korrektes Passwort und wir sehen, unser Button ist klickbar. Damit haben wir die gesamte Validationslogik etabliert, also validieren funktioniert. Ich kann das Ganze auch abschicken. Ihr seht, es ist wieder disabled worden, weil unser Formular jetzt wieder invalid ist. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Styling und das ist das letzte Kapitel dieses Videos. So, das Styling unserer Formularfelder ist ziemlich einfach. Als erstes stylen wir mal unser Formfeld. In dem Moment speichere ich das, habe hier eine Weite eingestellt, sage jetzt, ich möchte alle Elemente mit Flex stylen, sage hier noch Flex Direction als Column, sodass die alle untereinander stehen und mit Gap sorge ich dafür, dass die mit Ein-Ram ein bisschen Abstand zueinander erhalten. Das nächste, was wir machen, ist, nachdem wir das gestaltet haben, unseren Button anzupassen. Unser Button bezieht sich natürlich auf unser HTML-Element, unser Button und hier drin müssen wir einiges definieren. Nämlich einmal würden wir gerne einen Innenabstand haben mit Padding, außerdem wollen wir unsere Schrift ein bisschen stylen und eine Farbe vergeben. Wir wollen natürlich unseren Hintergrund anpassen und unsere Border ausblenden. Allerdings würde ich gerne, weil ich es schön finde, ein Border-Radius vergeben, also so runde Ecken, das machen wir mit Border-Radius. Außerdem würden wir gerne unseren Cursor und unsere Schriftposition anpassen und dafür sorgen, dass unser Button wirklich immer 100% der Weite einnimmt, auch wenn es das Default-Verhalten wäre. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, sehen wir, wir haben hier einen korrekten, größeren Button hinterlegt. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Fokus-Zustand. Das machen wir einfach mit und Doppelpunkt-Fokus, wo wir eine Outline vergeben und in dem Moment speichere ich das ab. Wenn ich jetzt unseren Button fokussiere, sehen wir hier so einen ganz leichten Schimmer aus und um zu. Was wir jetzt auch noch brauchen, ist ein Disable-Zustand, wo wir beispielsweise eine andere Schriftfarbe vergeben, einen anderen Cursor und eine andere Hintergrundfarbe. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir, unser Button hat einen neuen Cursor und ist ein bisschen größer geworden. Wir können außerdem, glaube ich, hier unsere App.View noch ein bisschen anpassen und sagen MaxWiz irgendwie 90%, damit das vielleicht nicht ganz über die gesamte Größe geht. Und hier drin sagen wir jetzt noch Align Items Center und Justify Items ebenfalls Center. In dem Moment rutscht alles richtig schön in die Mitte und wir können hier unser Formular weiter gestalten. Das nächste, was wir nämlich brauchen, ist unsere einzelnen Textfelder anzupassen, was der letzte Teil dieses Tutorials wird und auch nicht wirklich viel Arbeit verlangt. Wir müssen jetzt auf unsere CSS-Klasse zugreifen, nämlich auf Formfields und innerhalb von Formfields wollen wir als erstes, dass alles untereinander rutscht und 100% der Weite annimmt. In dem Moment mache ich das. Ihr seht, alles ist jetzt wunderbar untereinander gerutscht. Was wir jetzt auch noch machen müssen, ist natürlich unser Label stylen. Wir vergeben hier einfach nur eine Schriftfarbe, Schriftgröße und ein bisschen Abstand. In dem Moment sehen wir, ist ein bisschen verändert worden und wir wollen auch hier unser Input-Element stylen, also die einzelnen Textfelder, wo wir zum Beispiel auch unsere Schrift gestalten, die Hintergrundfarbe, den Innenabstand mit Padding, Font-Size, Color und Background-Color. In dem Moment sehen wir hier unsere Elemente. Das sieht jetzt ganz schlimm aus mit der Border und die Border teilen wir in drei einzelnen Attribute auf, nämlich Radius, Width und Style. In dem Moment, wenn ich das hier korrekt erstelle, sehen wir jetzt, wir haben unsere Border erzeugt. Allerdings soll die standardmäßig transparent sein. Die sollen wir also nicht sehen. Wir müssen sie allerdings schon mit einbauen, damit wir nicht so ein komisches Spring mit der Border haben. Außerdem sollen unsere Textfelder natürlich auch immer 100% der Weite einnehmen. Und was wir auch machen wollen, wenn wir unser Input-Feld fokussieren, wollen wir aktuell auch einfach so eine Outline erzeugen. Wenn ich jetzt hier rübergehe, sehen wir wunderbar, wir haben hier so eine Outline erzeugt. Was wir jetzt machen wollen, wenn ich hier was eingebe, kriegen wir so eine richtig große Fehlermeldung. Die wollen wir ebenfalls stylen. Dafür greifen wir einfach auf unseren Paragrafen zu, vergeben eine Schriftfarbe, Schriftgröße, Abstände und in dem Moment haben wir hier eine schönere Schriftfarbe. Damit sind wir auch schon am Ende des Basic-Stylings. Allerdings habe ich ja etwas gemacht. Und zwar ganz hier oben habe ich eine Class an unser Form-Field gebeindet. Und wir gucken uns jetzt mal an, was das bedeutet. In dem Moment sehen wir nämlich, dass unser Div-Element mit der Klasse Form-Field hier ganz viele Klassen bekommt, wie zum Beispiel Dirty, hier oben Error, Validated und so weiter. Und wenn das hier valide ist, dann sehen wir, dass auch hier oben die Klasse Valid vergeben wird, neben halt zum Beispiel Validated und so weiter. Wir wissen also, wenn unsere Klasse Valid vergeben ist, dass dieses Formularfeld valide ist und das können wir benutzen. Wir können also zum Beispiel sagen, dass in dem Moment, wenn unser Form-Field hier oben Valid bekommt, dass wir dann ein Border-Radius bzw. die Schriftfarbe unseres Labels anpassen können. Wie ihr seht, wurde das Ganze jetzt grün. Was wir auch machen können, ist zum Beispiel, wenn das Ganze nicht Valid ist, also wir kopieren uns das hier jetzt einmal, indem wir sagen, okay, wenn wir hier etwas haben, nämlich not die Klasse Valid, dann wollen wir etwas machen, zum Beispiel Label und Input-Field in einer Error-Farbe darstellen. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir aber, es wird per Default in dieser Error-Farbe dargestellt. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen das nur, wenn es schon mal bearbeitet wurde. Und das können wir mit der Klasse Dirty abfragen, wenn ich das jetzt abspeichere. Hier reinklicke, was ein Tippe, sehen wir, wir haben einen Fehlerzustand, kriegen eine passende Fehlermeldung ausgegeben, können das aber jetzt auch korrekt einstellen, können hier auch ein Passwort eingeben und können jetzt ein komplettes Formular abschicken und das Ganze von neuem beginnen. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, einen Kommentar unter dem Video und schreibt doch gerne mal, was ihr noch für NUX-Tutorials haben wollt.